So, ich versteck's unter der Couch, die Gitarre. Das ist ganz gut. Halt! Was ist das? Okay, das ist keine Mission. Da hinten sind einfach nur vier Gegner. Die sind aber verteilt. Da vorne sind welche. Das eine sind zwei Plünderer, die holen wir uns nachher. Kannst du wieder scannen? Ja, ne, momentan nicht. Okay, dann warten wir noch ab. Haben wir da einen Granatenhaber dabei? Das seh ich hier gleich. Die Nummer war hier gerade. Hier unten nur die drei jetzt. Sehr schön. Okay, ich pflaster denen gleich hinten da mal eins dran. Warte mal. Ja, und los. Warte, 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 warte. Nein! Entschuldigung. Hatshot. Ungewirft werden eine Granate. Noch einen Stellungswechsel? Ja, größer sein. Wir sind fast down. Down. Nice. Okay. Okay. Wo ist der Unterschied zwischen diesen Fahnen, der hier schwebt und den grünen? Ich muss ausrufen. Oh, das waren bitte. Das war ich. Ich habe mich geheilt. Okay. Seid cool aus. Mit dem kann ich auch dich heilen. Ich kann es dir dann einmal präsentieren. Ihr seht, das sind diese Dings, was wir freigeschalten haben. So, da hinten waren noch zwei Plünderer. Ah, MP7, mein. Neue Fähigkeiten, was denn jetzt ist das? Das sind vier oder fünf. Das sind vier oder fünf. Eben Einsatz. Okay, Trommel. Warte, 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 warte. Ich gehe auch woanders rein. Äh, wo sind die? Ne, markier's. Warte mal jetzt kurz so. Ah, das ist das, was ich vorhin meinte. Machst du ein Impuls-Ding? Ja, Sekunde mach ich. Macht's ihr zwei nachher mit Haftgranaten und ich schalte's mit einem Scharfschützengewehr gleich aus. Ja, aber ich habe hier einen direkt vor mir, den schalte ich jetzt sofort mit dem Ding aus. Okay. Okay, los. Okay. Gut geschossen. Wie war das schon? Mhm. Wenn du gut zusammenarbeitest, bist du schnell erledigt. Okay. Gehen wir weiter. Ich bin nicht der Feind. Du willst gar nichts? Dann kriegst du auch nichts. Jetzt stolpert's wieder 13 mal bis sie am Weg, also bis sie ankommt. Wenn du fast daend öff Gas ist und rein, Jahre klappt das Lyons darunter nicht... Ja. Baby. Scheide es gut. Bola auf. Schau her, Oli. Bleib stehen. Komm her. Ach so cool. Ne. 150 Meter noch. Das schaut so geil aus alles. Okay. Lass knacken. Ach so, jetzt fängt das wieder an. Ja. Das kenne ich jetzt leider schon. Jo, die Musikerin. Was ist das? Das sind dann die Agentenarbeit. In so einer Erinnerung oder so. Ja. Das wissen wir auch noch nicht so ganz genau. Das ist so wie bei... ...Sherlock Holmes. So die Richtung. Besuchen die, was der Gitarre spielt, Oli. In derer du gerade drin stehst. Ja, die hier, genau. Ja, die suchen wir jetzt. Und mit der Erinnerung die Modals gerade überprüfen. Kriegen wir Informationen für die nächste. Überprüfst du die? Ja, die haben wir schon. Das ist schon erledigt. Da brauchst du dann nur bei I auf F gehen und ja. Ja, ne gar nicht. Ne, das habe ich schon gemacht. Und jetzt brauchst du einfach nur wieder aus dem Kreis raus. Und mir einfach folgen. Komm, 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 komm. Schau, wie schön riesig was jetzt ist. Na ja. Hat sich das Zilt jetzt nicht kaputt gemacht oder was schon so? Nö. Er ist einfach ein kleiner, das mannischer Teufel. So warte, ich muss den nächsten Punkt markieren. Bei mir ist noch was markiert. Ich habe es jetzt markiert. Oh Mann, schau dir das an. Schau dir das an, bitte. Schau dir das an. Ja. Warte mal ab, wenn du ein bisschen länger im Schnee laufst. Deine Mütze und deine Jacke ist dann voller Schnee. Mhm. Ist dir verrückt auf dir fallen. Aber ich muss sagen. Hut ab, ich hätte nicht gedacht, dass meine Grafikkarte das Spiel auf Ultra schafft. Also nicht auf das komplette Spiel in Ultra schafft, aber... Und angenehmer FPS, also ich könnte es nicht sagen, dass ich irgendwie scheiße finde. Ich könnte sicher auch auf Ultra spielen, aber ich habe sicher jetzt halber einfach auf... Auf hoch lassen alles. Ich glaube hier war das wohl die Treppe hoch werden. Ja, wir werden noch ein paar Mal auf Dächer herumkraxeln. Bei den Missionen. Ich will keinen Strack. Hau ab. Dann hau ab, bist du. Ist ja auch so ein Garstiger. Ich glaube wir sind die Guten. Ja, wir sind ja auch die Guten, aber nicht so NPCs. Also NPCs, die... Wenn wir wirklich ab und zu mal in den Kopf losieren. Ja, aber die sind doch... Das ist so ein Gülle-Kahn. Aber die beschützen wir doch. Oder? Machen wir einen Scan, da sehen wir so schlecht nicht, dass wir denen genau in die Hände rennen. Wieso? Die Begrüßungstexte. Oh, das... Ja, genau deswegen meine ich. Genau deswegen meine ich. Schick ein Scan raus. Okay, hat sie erledigt. Schau mal kurz in den beschichteten Rüstern. Ja, hier sind doch welche hier hinten. Ihr macht's doch schon. Oh shit, sind hier viele. Okay, ich komme. Ich bin gleich da unten. Ich bin da unten. Ich bin da unten. Ich habe eine Sicherheit. Ich habe nicht geworfen. Du rennst genau wieder in die Gegner. Nee, geh links, links, links. Boge, links. Das ist rechts, aber wir wollen. Danke. Okay. Sniper. Ist down, Headshot. Ich gehe links. Oh, das war's. Ja. Gut. Sekunden. M1A. Oh, die hätte ich auch so gern. Mit dem Ding bin ich schon richtig eingeschossen. Ja. Na, dann nimm dir das Zeug. Kannst du dir das nicht nehmen gehen? Nee. Geht nicht. Jeder findet sein eigenes Zeug. Es geht auch kein Tauschen oder so. Da ist eine offene Tür. Erfache ein Echo in der Nähe. Oh. Genau, das ist die. Es wird schade. Wir gehen das alles schon. Na ja, da müssen wir jetzt du. Oder willst du wieder in PvP? Ich? Nö, nicht so gerne. Nö. Nicht so gerne. Mission. Achso, das wäre ja gar nicht jetzt. Ne, mein Satz. Aber da können wir reinschauen, wir gehen looten. Ja. Ja. Mh, lecker. Kann ich den selber auch essen? Oder willst du den? Ja. Da gibt es einen Tastenkürzel. Alt und irgendeine Zahl. Damit es ja auch nicht zu kompliziert wird. Ja. Habe ich nicht ein einziges Mal benutzt. Muss man vielleicht später benutzen. So gegen Strahlung und all so ein Quatsch. Kann ich mir das vorstellen. Juhu. Ich weiß, es ist ja so unlogisch, wenn da eben die Tür offen ist. Halt, Gegner. Kann Hedgehot verpassen? Den Prügelknaben. Den Prügelknaben. Ach hier. Die ist echt schwach. Ein Hedgehot bringt den nicht um. Allzweckschoner. Die sind besser als meine. Ne. Was ist das hier passiert? Da ist es runtergestürzt oder was? Ne. Die wollen da einbrechen. Geh mal auf die Köpfe. Und zieh mal auf den Kopf von ihm. Also so hingucken. Der Sturm hochprogrammiert. Du bist gerade gelevelt, Alter. Das sah ja cool aus. Ach ja. Level 6. Hey, ich kann jetzt gleich den Hedgehoten. Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ach so, wir müssen ja auf das Dach jetzt rauf, ne? So war das hier bei der Mission. Lebenspunkte 3000. Wow. Jetzt möchte ich schauen, ob die Waffen mitleveln. Ne, die leveln sicher nicht mit. Ne. Warte mal, Oli. Okay. Rauf dann, oder? Hier liegt Müll. Ich komme ja eh nicht höher, oder? Ne. Aber ich kann ja in die Bude einstellen. Hier. Ne, in dem Fenster. Guck. Das wäre ein Auffanglager da. Ja. Aber mir geht's gut. Ich musste bloß meine Gitarre auf dem Schädel von irgendeinem Typen zertrümmern. Das macht man ja auch nicht. Du musstest was? Nein, ist egal. Hör mir zu, Heather. Ich schicke dir eine Eskorte, die dich in Sicherheit bringt. Bleib genau, wo du bist und bewege dich nicht von der Stelle. Ach, hier ist sie. Das ist sowas. So. Ich nehme Low Job. Ich melde mich. Blau Ende. Blau Ende. Oh, da ist ja was im Moment. Aber das ist komisch. Da wo du reingehen musst, kann ich nicht normal das nennen. Aber du kannst hingehen und dann bekommst du das Ding auch, wenn du es nicht schon voll hast, dein Inventar. Ich glaube. Einer macht's auf und die anderen können es mit einsacken. Ja. Ich nehme dir auf. Ich nehme mir so aus. Ich nehme an. Ich nehme an. Ich nehme an. Ich nehme an.